Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen schönen guten Morgen. Hier ist der Achim und das ist der Geek Talk Daily für Dienstag, den 15. Oktober. Heute haben wir dabei Park Now, Disney Plus, Pokémon Go, Porsche und Google Pay. Beginnen tun wir mit Park Now. Das ist eine Mobile Parking Payment App aus dem Now-Kosmos der Apps. Die sind, glaube ich, von Mercedes, wenn ich mich recht entsinne, aber zumindest hängen die ja viel drin. Es gibt ja auch Free Now, das ehemalige MyTaxi und wie Park Now vorher ist, weiß ich gar nicht mehr. Aber ich hatte die auch schon im Einsatz und entsprechend, man kann mit seinem Smartphone schön damit bezahlen, wenn man irgendwo parkt. Man muss keinen Parkschein mehr ziehen. Das ist eigentlich ganz entspannt und wir sind ja ein Drei-Länder-Podcast hier, deswegen die Neuigkeit für die Schweizer Freunde. In Genf kann man jetzt auch mit Park Now parken und ja, das könnt ihr jetzt tun. Was ihr auch demnächst tun könnt, ist streamen und zwar Disney Plus. Das wussten wir ja schon länger. Dauert noch ein bisschen in Deutschland. Wir wissen auch noch nicht hundertprozentig die Preise. Vermutlich wird es aber wie in Holland sein und dort ist Disney Plus im Monat dann für 6,99 Euro buchbar, beziehungsweise 69,99 Euro, wenn man direkt das ganze Jahr bezahlt. Man bekommt dafür vier parallele Streams in 4K und bis zu sieben Profile für die ganze Familie. Ja, man kann natürlich Disney, Pixar, Marvel, Star Wars und National Geographic dann hinterher sich angucken. Das wussten wir schon, aber was genau? Ja, das hat Disney jetzt bekannt gegeben und zwar nicht auf eine einfache konventionelle Art und Weise, sondern sie haben ihren Twitter-Account benutzt und dort pro Serie-Film einen eigenen Tweet rausgehauen, was denn auf Disney Plus dann zu streamen ist. Und das ist schon eine ganze Menge. Und wenn euch das interessiert, dann geht doch mal auf den Twitter-Account rüber und guckt es euch an, ob euer Favorit dabei ist. Im Regelfall über kurz oder lang wird natürlich da alles von Disney, Pixar, Marvel, Star Wars verfügbar sein. Davon könnte ausgehen. Und wovon ich schon stark ausgegangen bin und die meisten Pokémon-Go-Spieler ist, dass Pokémon-Go auch wieder ein Halloween-Event haben wird. Und das war damals zu Beginn auch der allererste Event, der überhaupt stattfand für Pokémon-Go-Spieler. Und dieses Jahr auch wieder vom 17. Oktober um 22 Uhr deutscher Zeit bis zum 1. November um 22 Uhr kann man verstärkt Geist- und Unlicht-Pokémon in der freien Wildbahn fangen. Und zum ersten Mal tauchen die drei Starter, Biasam, Glumanda und Shigi zusammen mit Pikachu verkleidet auf. In der freien Wildbahn, aber auch in Raid-Kämpfen. Ja, kleine Besonderheit. Dann gibt es noch diverse andere Forschungsaufgaben und Boni. Für die, die es interessiert um Pokémon-Go-Spielen in der App selber, werdet ihr natürlich auch darüber informiert, was da alles passiert ab dem 17. Oktober. Ja, und Porsche hat mehr oder weniger überraschend die dritte Variante seines Elektroautos Taycan vorgestellt. Und zwar den Taycan 4S. Und das ist der günstige Einsteiger-Porsche bei den Taycans. Ja, auch wenn günstig ein bisschen, ja, weit hergeholt ist bei knapp über 100.000 Euro. Ja, damit startet man aber in der Taycan Turbo S. Und der Taycan Turbo, die liegen, ja, eher in Richtung 200.000 US-Dollar. Wahrscheinlich auch mit einer Ausstattung mal schnell drüber. Ja, und so will Porsche eben jetzt auch im unteren Level starten und in Konkurrenz treten mit Tesla. Wenn ihr Auto-Fans seid, dann könnt ihr euch die ganzen Details durchlesen, halt, was das an Batterie, Power, an Speed und allem anderen Möglichen bringt. Wir haben natürlich den Link in den Show Notes. Und was es auch demnächst geben wird, ist öffentlicher Personennahverkehr in der Google Pay-App. Also sprich, man kann sein Monatsticket, sein Viererticket, sein Tagesticket dort über Google Pay buchen. Und zwar über den Anbieter Cubic Transportion Systems, die wohl weltweit in diversen Großstecken halt dafür verantwortlich sind, dass das abgewickelt wird. Ja, also im Prinzip hier in Dortmund kann man gar nicht hier mehr oder weniger vor Ort zahlen und sich legitimieren nur über irgendwelche Drittanbieter-Apps. Aber zum Beispiel in London, wo die Oyster Card im Einsatz ist, da kann man auch ganz einfach mit seinem Telefon mit Apple Pay bezahlen. Das Ganze wird dann einfach hochgerechnet und man bezahlt nie mehr als beispielsweise eine Tageskarte. Man kann aber wohl nicht seine Monatskarte verknüpfen, wenn man eine hätte. Und das würde wohl in Zukunft dann gehen, wenn dieses System in Google Pay integriert ist. Und dann werden wohl die Wertestädte versorgt werden. Da ist zwar nicht 100% bekannt, welche Städte dabei sein werden, aber anscheinend scheint es wohl New York, Vancouver, Sydney, San Diego, Los Angeles, San Francisco und London zu sein, die wohl auf das System von Cubic setzen. Es ist auf jeden Fall spannend, da halten wir auch weiter ein Auge drauf und informieren euch, wenn es da Updates gibt. Und das war es dann auch schon. Ich wünsche euch einen tollen Dienstag. Startet gut in den Tag, bleibt positiv und wir hören uns dann morgen wieder. Ciao, ciao. Hört mehr Geek Talk. Hört mehr Geek Talk.